Damit halt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Borderlands 1 Mittagessen Hi! Ah, ich hab mich selbst gehört! Ah! Autsch! Aua! Das hat weh! Ja, ich glaub's! Ein Glück hast du's selber gehört! Zu rechts, ja, dann lass uns mal die nächste Quest-Mobile brauchen, ne? Ich würde sagen, wir machen nochmal neu, weil da kann man die Tür schon ja nicht zutrauen, weil ich so... Ach, nee, machen wir, machen wir. Lassen wir so, lassen wir so. Wui! Wo ist denn denn hin? Du hast hier immer die Arme. Ich weiß das ja immer nie. So, wir sind hier durch? Wir sind hier durch, ja. Okay. Hm, das ist Funhead. Ah, ich glaub ich muss gleich das Spiel erstmal wieder leiser oder lauter machen. Oder dich lauter. Zumindest hab ich grad nicht so viel von dir verstanden, als ich am Schießen war. Das war deine Feuer, Nova. Nova, hey, good. Der Schild war die Investition wert. Ich muss mal eben... Option... Audio, Video... Soundeffekte runter. Wo haben wir hier irgendwie... Ampullen? Medi-Ampullen oder so? Wo haben wir so ein bisschen Soundeffekte runter, sonst hör ich... Kann ich dich immer nicht verstehen, wenn ich schieße. Äh, wo bist denn du? Da bist du. Da müssen wir hoch? Da müssen wir nicht, aber ich geh gerne hier diesen Weg hoch. Ach so, na gut. Nein, ich bin runtergefallen. Bzw. eine Abkürzung. Als du andersrum gehst, hast du ein paar Gegner halt. Hm, ne, nicht alleine. Ich bin Bock drauf. Also, das ist grad nicht so einfach, da wieder hochzukommen. So, und so, und so, und so, und so. Oh, SNG ist schon gut in this game. Aber es sieht so aus. Ich meine, ich würde gerne in Berlin 2 SNG, aber hier habe ich das Gefühl, dass die nicht elementaren SNGs besser sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wurde noch nie gespielt. Ja, aber du hast es schon, ne? Ne, noch nicht. Aber ich kann es mir relativ schnell und relativ günstig kaufen. Also, sobald wir hiermit fertig sind. Fertig es haben. Probieren wir mal so. Na komm, mach Werbung für die Seite. Du weißt, dass du es willst. Ne, will ich nicht. Ich kaufe da momentan alle meine Spiele. Echt? Ja. Ja. Also, ich... Alles, was ich mir kaufe, kaufe ich immer über die Seite. Das ist halt wirklich um einiges, ganz sicher. Ja, ich hole mir halt... Ich hole mir letzte Zeit eigentlich nur Humble Bundles. Humble Bundles dann auch nice. Ja. Aber irgendwie habe ich... Es gab es dann in letzter Zeit dann wieder nichts, was mich... Ähm, was mir so gefällt. Oder ich hatte ja immer nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mit, ähm... Ja, war gut, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay, gab es eine Humble Bundle mit, ähm... Backups the Line. So, Darkness 2 und... Och irgendwas, aber das hast du halt alles schon. Ne, jetzt Backups the Line habe ich nicht, Darkness 2 habe ich nicht. Doch, Darkness 2 hast du doch. Ne, habe ich nicht. Hast du das hier schon mal angefangen mit dem Let's Play? Nein. Ich meine schon, aber... Quatsch, habe ich nicht. Oder sagst du das gerade nur, weil es seine... Feinliche Vergangenheit ist? Genau. Achso. Oh, ich habe hier auch wieder so ein... Fire Nova Ding. Ich habe gefunden. Du bist doch in Ordnung, oder? Ah... Moment ich steh doof in der Gegend, ich gucke hier vorbei. Komm und draf Ming... Da oben ist ne Waffe... Ja... Äh irgendwie leckt das für mich so ein bisschen... Arbeit tags zu den auch... Fun, soll aber gamma schläger sein. Justine... Du bist ja so ein schwer zu sein. Ja. Klammer! Der Psychopath ist jetzt nicht so geil. Ist da gerade so ein kleiner Psychopath explodiert oder was ist da passiert? Ja. jetzt in der SES-Mod-Attentiker Leine ist eine Seite ist ähm das sind die ist es hat die Prozent Explosionsschaden gegen irgendwas bestimmtes Bonus oder was Prozent Explosionsschaden schon alles ist allgemein so auf meine Welt Prozent Schockschaden hat er macht der Schild super schnell weg und so was alles Moment, lass mir den, lass mir den Kein Ding, war auch voll gewollt Wann der Psycho Part Er ist tot warum mach ich eigentlich nicht einfach so was bei mir, bei mir leckt das echt ein bisschen ich hoffe das liegt nicht daran dass sie gerade meine IOS sind Aktualisiere Du bist sofort dafür bestraft, dass du dieses Teufelswerk in den Mund nimmst mhm hehehe oh leila, das haben wir fast mein ganzes Schild weggemacht hm 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 wo müssen wir denn lang du na einfach hier weiter folgen äh Schnitzeljahr ja wo läufst'n du lang oh ne Racks ein Futterrack äh jetzt lassen wir uns ja auch noch Ruhe ich hab den ja einen jetzt schon angeschossen, also Nö, die lassen wir uns scheinbar gerade drücken jetzt lag das wenn wir wieder du lagst grad auch bei mir rum ok also im, im, im game ja und jetzt fliege ich den SMG geht mir gleich mal an ok ok, ist ja auch ganz schön krass dann können wir kurz nachrechnen verschützt dich mal ein bisschen, ich muss nachrechnen lass versuchen 233 233 991 nö, die ist schlechter als meine oh, warte, der liest doch so ein Fasster neben oben, schießt nicht einfach darauf würde schon viel früher machen sollen so, ich kenne mal nie mehr oder liest mal nie genau, hier war die Schnitzeljahr hallo Räuber Bandit hallo Räuber Bandit der ist tot und da liegt noch ein SMG Was machen wir mal wieder hier sowas? Da brügeln den Schläger Wo ist der? Da ist er Nice level, nice level up Gleich wieder skillend, ist cool Ähm, was skille ich denn nochmal? F? Ne, ups, jetzt hab ich nochmal aktiviert, hoppala Das ist nicht so clever Ach, das sind Okay, also Elsenquist ist das hier Ähm, was war das? Ja, machen wir mal das hier Bisschen, bisschen tankiger spielen Oh komm Jetzt komm her Dreck Was ist das? Ne Achso, das ist ne 2 Schusser Ach, 3 Schuss, meine ich Scheiße Oh, was liegt da denn? Was ist ne SMG? Äh, Schock SMG Ne, zweimal Schock Oh, aber diese Feuerrate Geil oder Scheiße? Scheiße Dieser Schockschaden Oh, ist das die Feuerrate von dem Ding? Hm Oh Gott Die ist ja echt kacke Da liegen noch Granaten Und Geld Und 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 Das ist ja noch Oh, ich glaube das kann Was ist das bei dir Jason? Komm her! Ich skill gerade noch. Moment, ich kann mich nicht entscheiden. Snapperei für Visier. Jo. Schön gefunden. Was sind das eigentliche, was er mir hier anzeigt? Ist das da oben drauf? Nee, mach das noch mal. Ah, wegfallen. Gottverleih steckt ein bisschen fest, aber auch nicht. Ah, mach das noch mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass... ...hier oben das ist. Und hier oben auch. So ist der Lauf. Ja, und das ist das Ding hier irgendwo hier. So nicht? Fehl so auch nicht. Ah, wie war das nochmal? Das ist eine gute Frage. Ich konnte mal die ganzen Auswände. Ich hab ewig kein Vorland 1 2 gespielt. Ich hab ewig kein Vorland 1 2 gespielt. Ich finde scheiße nicht. Ich hab vor allem 1 1 hab ich sogar noch länger nicht gespielt, als geht der Sonntag. da hab ich ewig nicht gespielt. Da hab ich ewig nicht gespielt gehabt. Da hab ich ewig nicht gespielt gehabt. Da hab ich ewig nicht gespielt. Dann ist die Niederung des Spiele. Zumal... ich jungen was so alt abgekoppelt aber das ist von weite eigentlich ja das ist schon wieder nicht ja nun das ist sehr auswählen das Teil der die Gäste von Moe und Marley ein Pfiff und ich kann noch und dann mal die ich kann uns kommen nur was aus dem Film Rax jetzt kommen sie auf uns zu Ne, damit sollte ich wirklich nicht auf die Wreckspile landen, mit 2,2 vorherrater Back high Irgendeiner hat von denen was grünes fallen lassen Was haben wir denn hier? Exklusive gummierte Oh, hier ist ein Alpha Ja Da hat er Feuerescape Hey! Was ist das? Warum geht ihr alle zu Niko und nicht zu mir? Was ist denn passiert? Ich habe meine Transfusionsgranaten geworfen und die nehmen den Gegner Health und heilen dich. Ich habe mich nicht davon. Achso. Dieses ganze was mich heilen sollte ist zu dir gekommen. Nice. Ich habe dich gewundert, was geht denn jetzt ab? Ich war voll geflasht und verwirrt. Was passiert jetzt hier? Illuminaten. Es ist Illuminaten, Niko. Ich glaube auch. Ja. Wir sollten jetzt hier aufziehen. Sollten sie. Mali und Mo sind sie ja. Ich war nicht nur vor, dass er Partegegner. Ja. Verdammt Partegegner. Ich sehe es hier. Mo ist ein bisschen groß. Und Mali macht so Dots und das tut weh. Äh ne, nicht Dots auch eh. Nice. Ich bin gerade ein bisschen auf Mo rum. Aber macht ihm echt kaum Schaden. Ah. Da hat er. So etwas gackt. Autsch. Oh la. Wie soll ich das denn jetzt machen? Kein Hinata-Wing. Ah. Das ist Bloodwing. Kein Rack. Okay. Alles gut. Ich brauche nur Granaten oder so. Das wäre geil. Ich habe einen Pfarrer. Nein. Keine Windzone. Ich komme zu dir. Los heilen. 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 Ich kann gleich wieder meine Fähigkeit hier einsetzen. Äh. Ich werde mal kurz shoppen gehen. He. Ich kann wieder hier verprügeln. Der Shop ist da hinten. Ich bin nicht hier. Nein. Hier du gehst shoppen. Ich muss shoppen gehen. Fangen wir jetzt zu. Toll. Das heißt ich fühle mich jetzt gerade alleine gegen die beiden. Hier sein. Ah. Ich kann nur da hinten shoppen gehen. Es fehlt so weit weg. Die halten echt verdammt viel aus. Ich habe auch keine mehr. Ja. Also Feuerschaden bringt bei Mo irgendwie so gar nichts. Ja. Ist auch ein Feuerschaden. Achso. Ähm. Der hält. Die halt. Na boah. Hält der viel aus. Ist es wohl cleverer als er erst auf Mali zu gehen. Ich höre mich um Mali. Oh. Der hat fast gewandert. Okay. Ne. Mali ist auch strong. Ne. Ich glaube. Wir müssen ein bisschen leveln. Wir kriegen Mali hin mit genug Munition. Mh. Sicher. Die haben uns jetzt einfach weggefickt. War halt unlucky dass ich keine ähm. Ja. Aber wir haben Mo nicht mehr zur Hälfte runter gekriegt. Und ich habe da zwei, drei Granaten reingehauen. Ja. Ja. Eieieiei Los Gags Wisst ihr nicht, dass wir vielleicht erst noch andere Quests machen sollten bevor wir die beiden versuchen? Warum waren wir jetzt eigentlich unter... Echt? Zwei Level über uns sind Ja, die Feuer ist ja auch Ich bin fast tot by the way, ich hab noch 3 Leben Ich bin tot Das war noch ein Knall harter Krieg ich wieder Ich bin ein Medikator Ich bin ein Medikator Ich sagte es mal, ich mach mehr Schaden, ne? Wenn ich... Ähm... Waffen Level steige Wichtig? Ich glaub ja Oh, ne Schad... Die ist aber ganz schön... Cheater Ich bin scheiße, dass Munition in diesem Teil noch entheilt wird Ich bin ein Medikator Oh, ganz viel Combat Rifle Money Äh, wo kann man denn shoppen gehen? Da hängt man Wo soll man den Container einladen? Ich weiß, wort man das aber noch wissen das stimmt hier wo wir gestartet haben das ist nicht kaufen ein ganz schönes verkaufen das tut es sicher die weg das weg das zeigt Schockmover jetzt machen wir die auch mal weg ach so ich kann mir mal das so ok ich muss sich jetzt nur noch heilen ich darf nur noch Geld das heilen ist herrenfeuern die sind viel ja ich merks kann ich mir auch nicht leisten was ich aber machen kann ist meine Fähigkeit einfach zu aktivieren halt mich auf ja hast du auf die Zeit geachtet? äh ne ne aber ich denke mal 15 Minuten 15 Minuten hm ich glaube er hat 20 20? ich glaube schon ich meine jetzt ist es kurz vor halb und ich glaube das ist jetzt nicht so lange her wo wir nach der die sind so vor die sind so vor geöffnet haben glaub ich aber ich möchte mich jetzt auch nicht aber jetzt liegt er schon wieder ja wir können ja 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 3 Schüsse ist so scheiße hinzufüllen. 3 Schüsse ist so scheiße hinzufüllen. Was ist denn das? Oh das ist ein... Könntest du mich vielleicht noch mal heilen oder so? Ja Moment. Ne kann ich grad nicht. Jetzt kann ich dich heilen. Du musst wirklich einmal sagen von wegen stark oder schwach ne? Von wegen Stärke oder Schwäche. Ich hab jetzt hier ne L... Ach ähm... Maschinen Gun. 15 Schaden, 12 Feuerrate. Und jetzt habe ich eine gefunden mit 40 Schaden und 5,7 Feuerrate. Du musst gucken was ne 3 Schuss ist. Wenn es ne 3 Schuss ist, ist die scheiße. Ne ist keine 3 Schuss. Und die andere? Auch nicht. Deshalb ja. Ich muss das gleich nochmal hören, wenn ich nicht gerade Banditen töte ok? Achso ja ok. Das kannst du auch nachvollziehen. Ja, ein bisschen. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein SMG. Da liegt ja ein SMG rum. Jo. Geht mir an. Raketen. Hier ist kacke. Guck mal. So, soll ich dir das nochmal vorlesen? Ja. Also. Die die ich jetzt gerade benutze hat 15 Schaden. 12 Feuerrate. Und 2 80,4 Zielgenauigkeit. Die andere die ich gerade gefunden habe. Hat 40 Schaden. Und 5,7 Feuerrate. Ja. Die neue ist besser. Ei, ei, ist ja. Wenn du in Borderland spielst, solltest du eigentlich vom Prinzip ja immer Taschenrechner nehmen, dass du das dafür liegen haben. Was muss ich denn da rechnen? Ja. Ja, einfach nur Feuerrate mal Schaden. Achso. Und dann höher, je nachdem was höher ist, ist es vielleicht besser. Ja. Achso. Halt die DPS. Ja. Ich meine Borderland 2 hast noch die Nachladegeschwindigkeit. Du mit einem berechnen kannst, aber das mache ich selbst nie. Ich weiß ja nicht, ob Zielgenauigkeit auch irgendwie noch mit einem dazu gehört. Ja, wenn du gut zielst. Natürlich ist, äh, beste Zielgenauigkeit immer besser, ne? Ja. Heyyyyyyyyyy. Rodeo. Ich geh mal gleich auf Mali drauf. Und Mali geht die Eier. Okay, ich bin auf einmal irgendwo anders. Das macht ja echt kaum Schaden, ne? Gut, aber ich habe auch gerade die ganze Zeit in eine Wand reingehauen, weil ich bin tot. Weil ich wieder leck hatte. War leck. Uh, danke für den Schuh. Okay, Mali kann brennen. Ich bin direkt wieder tot. Das ist jetzt gefährlich, wieder zu beleben. Meinst du, weil Malu direkt vor mir steht? Ne, ich kann ihn nicht wiederbeleben, sorry. Ah, hier liegen, hier sind gerade eine Menge schwaches Grecks. Ja, ich bin schon tot. Und so lange nie beide gleichzeitig tot sind, ist alles gut. Nur, dass die ganzen kleinen Fieger jetzt nachgesponsert sind. Ist bisschen unlucky. Okay, das war's auch fröhlich, der Mo. Ich schiebe ihn noch ein bisschen. Blei in den Arsch. Boah, Alter, ich bin in meiner Berserker-Form einfach mal gestorben. Es sind hier keine krassen, links mehr. Keine kleinen. Jetzt, neben dir. Links neben dir. Ich hab nix gesehen. Verpiss dich doch nicht, du dremeliges kleine Scheißvieh. Ach, ein Glück ist der Respawnpunkt relativ nah. Rex, wunderbar. Wow. Granate hat null Schaden gemacht. Meine Granate? Ja. Vielleicht ist das auch irgendwie Feuerschaden oder so'n Scheiß. Jetzt geh ich ihn wieder verprügeln. Aber ich heil dich wenigstens. Kein etwas. Ich, Mo. Ich sag dir, Solo sind die noch schlimmer. Ja klar, da darfst du ja nicht einmal sterben. Wenn die halt nie von hinten passt. Mo ist gleich tot. Ist halt nicht nach, fuck. Ist nicht sterben. Jawoll, Mo ist tot. Hat einen Sniper gedroppt. Zwei Sniper dann gedroppt. Äh, scheiße. Scheiße. Was schönes. Medikit gefunden. Egemonie. So, jetzt ist nur noch Mali da. Gut, dass Mali keinen Rage-Mode hat, wenn Motho ist. Wieso gibt es solche Bosse? Äh. Ich glaube in Borderlands zwei gibt es so ein. Und da ist es sogar ein Red Boss. Wissen, Mali. Und DLC-Boss ist auch so. Aus eins oder zwei? Zwei. Ach so. Ja. An eins habe ich das nicht gesehen. Aber allgemein finde ich Bosse sowieso scheiße. Ja, ich auch. Wissen, Mali. Ich sag nur Gargoyles. Ja. Zum Beispiel. Die sind Dark Souls zwei ja noch schlimmer. Ja. Ins Maul! Okay, jetzt muss ich aufpassen. Hm. Ich werde dich nicht zahlen. Okay. Ich bin tot, aber hier sind's Gags. Nee, ich gehe hier. Killen. Es ist Level sogar. Gut, dann kann ich gleich wieder hier machen. Machst du gar keinen Schaden. Ich mache auch kaum Schaden. Aus welches halt irgendwie schaffe, die zu kritten. Ah, genau. Okay. Ich komme mal ein bisschen ab. Ach so, du libschen wieder. Na, sehr gut. Ich bin Bloodwing. Ich bin 100er Zahl. Das gefällt mir. Ich habe ja keine Munition. Oh, für was denn? Oder gar keine Munition? SMG. So, na gut. Da hast du ja auch noch Sniper. Ja, klar. Okay, ich bin wieder tot. Oh, hier sind wieder Skags. Ich möchte deinen Rücken nicht sehen. Ich möchte deinen Front nicht sehen mit deinem Rücken. Ah, schade. Hat deine nicht gereicht. Die Zeitspanne. Fast, was viel ist verdammt. Auf die Eier. Komm. Die schafften wir aber diesmal. Wow, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiegel. Oh Nein. Das ist ein Spiegel. Oh fuck. Das ist verdammt anlackig Ok, ich hab keinen Shotgun mehr, das ist jetzt ganz schön kacke Nein, ich bin auch trotz Ich seh einfach gar nichts Boah, ich lebe wieder Oh ja Oh, ich seh was Oh, Alter Stirb endlich, ja wohl SMG und eine Shotgun SMG und ein Shotgun Hast du mitgenommen oder liegen lassen? Die Shotgun hab ich mitgenommen Die auf dem SMG liegt dann noch So, Mali Regeneriert die sich eigentlich irgendwie oder hat er echt bisher keinen Schaden gemacht? Boah Toll, das ganze auch noch Okay, ich hab Disco Sniper schluss Okay, ich bin raus Mal kurz Mal kurz Ich lade dich eben ein Da hab ich eine Pause Äh, Freunde einladen Epic Tree Ich chine schon Ich chine schon Das ist ein scheiß Zeitpunkt Ähm Ja Viel weiter So, da bin ich Oh, ich hab wieder Muni Äh, guck mal, dass sie zu mir kommen Ich denk mal, ich kann mit der Sniper gut Schaden machen, weil ich in die Maul steppe Ich hab nur gerade eine 300 mit mir gesehen Ich hab nur gerade eine 300 mit mir gesehen Oh, nice So, Mali Jetzt geht's wieder los zu uns beiden Irgendwie ist die noch schlimmer als ein Moabysus Gefühl Das sind halt Frauen Ja, sagst du Ihr macht Weil die hat Nahkampf und ist im Fernkopf auch noch Monster, das ist ganz schön krass Weg von mir Weg von Things Weg von Things Weg von Things Weg von muss man Weg von Wirtschaft Weg von Brand Arbeit von Weg von Weg von man kann mal die brennen und das macht der sonne nicht gerade wenig schaden das ganze wieder wir brauchen echt ewig für die macht ja auch einen schaden so brenn wieder ja weiß ich brennt wieder oh ja ich bin taunen nö ich hab nix hier in der nähe zu meilen ansonsten muss ich wirklich einfach wieder spawnen das ist vor allem ihren nahkampf angriffen wenn ich irgendwie entgegenkommende fliegt ihm einfach hinterher wenn ich hier in die fresse hau dann mache ich auch ein bisschen schaden und jetzt sind ja noch die banditen ja jetzt hast du die banditen aggro oder nicht ja ich werde sie suchen ja bandit ist da ja wir haben sie fast ja 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 da ja also ich guck mich mal an ok jetzt muss ich gleich nochmal um das shotgun ach guck ich mir gleich mal an die beiden Sachen ooohh ey endlich muss ich erstmal leveln irgendwie wird das gerade voll dunkel jetzt muss ich einmal ausrechnen muss ich das auch bei shotgun machen muss aber bedenken dass nicht jeder kugel trifft das ist weniger als das 19 mal da spielt sie genau das ist noch schlechter mal 0,7 146 so und dann hat das bei mir keine munition mehr ich hab keine munition mehr jetzt 1 20 mal 7 mal 1 so 161 plus exklusion oder das ist die stärker so und dann das sind 280 zirka und das sind 200 ok da sind die paar sachen die ich gefunden habe bei der schlechter ist das was ich bereits hatte verkackter schläger ey so dann komm ich mal zu dir und ich hab kein geld mehr und ich hab kein geld mehr und ich glaube wir sind total over the time ähm ja wahrscheinlich ähm ja würde ich mal sagen wir ende ich die folge mal eben schnell und ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal leute haut rein so true 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 Untertitelung des ZDF, 2020